Nachdem ich zum Geburtstag diesen coolen, gebrannten Kochlöffel bekommen habe und wir gerade echt viel Zeit haben, haben mein Bruder und ich beschlossen, dass wir wieder mal den Kochvideo drehen. Und zwar haben wir diesen Schoko-Weichselkuchen gemacht und für das Video haben wir uns diesmal echt was Spezielles überlegt. Das war's. Das war's.